Meine Leute, willkommen zurück hier in InnoSumme113! Im letzten Part gab es die Eröffnungsthermonie und auch die Auslesung, ja die Auslesung, die waren erlesen, die Auslosung der zwei Gruppen. Wir kennen unsere Gegner und nun wurden wir von dem englischen Team, unserem ersten Gegner, in ihr Haus eingeladen zu so einer Art Feier. Ah, das schaut wieder schön aus hier, ne? Ja, 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 dann sehen wir uns hier mal um. Oh, so schön. Ich bin ja doch ein gewisser Fan von so altmodischen, mittelalterhaftigen Städten, Aussehen, eine, eins mit Natur, obwohl hier eigentlich ist es eine Stadt und nicht mit Natur verbunden, aber auch was die Stadt betrifft. Das ist also der englische Bereich. Wahnsinn. Es ist schön hier, es ist ruhig und entspannend. Und Pferde. Hey Mark, lauf nicht gleich davon. Warum, äh, willst du einer von uns nicht ein bisschen? Was? Ich meine Sylvia oder Cammy oder mir. Wir brauchen bestimmt Hilfe bei der Vorbereitung für die Feier. Äh, in Ordnung. Was soll das? Mark, wir brauchen Hilfe bei der Vorbereitung für die Feier. Das ist doch Blödsinn, Mark. Trainer Hillman hat gesehen, dass wir nichts zu tun haben, also hat er uns hierher geschickt. Was? Aha, ich verstehe, was hier vor sich geht. Du hast die Qual der Wahl, Mark, was? Hä, was soll das heißen? Ja, ja, ja. Unser kleiner Austin, unser Elfjähriger, der checkt das noch nicht. Obwohl, die Jugend heutzutage wird eigentlich in dem Punkt doch immer erwachsener, immer schneller erwachsener, immer früher erwachsener. Ich würde schon wissen, ja, ich würde schon raten, dass schon Elfjährige heutzutage wissen, was damit gemeint ist. Und auch noch ärgere Sachen eigentlich. Naja. Also, dann, Mark. Wer soll es sein? Denke gut darüber nach, bevor du dich entscheidest. Nee, nicht schon wieder. Immer diese Entscheidung. Aber ich finde es einfach nur grenzgenial, dass man sich da entscheiden kann. Das erfrischt das Gameplay, so gesehen. So. Erst einmal möchte ich blocken, wie er sich wieder drückt. Ich habe ja irgendwas verpasst. Hey, danke. Hey, Leute. Frost. Hey, Leute, danke für die Blumen. Ich werde bald wieder auf Beinen sein. Das hoffe ich. Nun, das Wohnheim sieht interessant aus. Ich kann es kaum mehr erwarten, mir alles anzusehen. Aber jetzt ist es nicht die Zeit, Leute. Ihr müsst trainieren. Austin, ich werde dich übertreffen. Das gilt auch für dich, Echsen. Oh. Wen wird er auswählen? Mark wird einen von uns auf einen Rundgang durch den englischen Bereich mitnehmen. Wen er wohl wählen wird? Warum bin ich so nervös? Ach nee, jetzt muss ich wieder auswählen. Das gibt es doch nicht. So, Silia. Willst du wieder die Lösung sein? Weil die sind ja verknallt. Silia eigentlich nicht. Und ich habe ja Silia ausgewählt im zweiten Teil, weil das ja eigentlich... habe ich mich ja gedrückt, ein bisschen schamlos war ich hier, ne? Ich habe mich einfach nicht entschieden. Aber ich wollte halt keinen... keine... traurig machen. So, aber... Aber... Aber da ist... Und dann auch noch Austin. Und dann auch noch Darwin. Ah. Die sind da. Aber ich bin ein Mann. Ich muss jetzt mich für eine Liebe entscheiden hier, so gesehen. Und wo ist Nelly? Kann ich nicht weggehen? Marc, lauf nicht alleine los. Nein. Kein Wien. Man kennt ja noch nicht sehr viel von ihr. Aber im Anime zum Beispiel die berüchtigte Folge... Die berüchtigte Folge... Was? 78? Ich glaube schon. Die war so dusselig am Anfang. Und so... Wow. Ich weiß nicht. Die beiden sind eine der ruhigen Sorte. Und das mag ich eigentlich, ne? Das ist schwierig. Aber irgendwie Silvia tut mir immer irgendwie so leid. Obwohl sie total nett ist. Ich will dich aus. Ich? Wirklich? Bist du dir das sicher, Marc? Ja. Oh, das ist toll. Danke. Und... Ich glaube, der Laden ist in dem Gebiet, das sich nördlich von hier befindet. Lass uns doch mal nachsehen. Wäre Nelly hier gewesen, dann hätte ich Nelly ausgewählt, würde ich sagen. Aber an zweiter Stelle ist hier dann doch Silvia. Ach ja. Aber die anderen stehen hier, wollte ich gerade sagen. Hey Marc, was denkst du über die Rivalität zwischen Kevin und Austin? Vorhin haben sie sogar ein Wettrennen gemacht, um zu sehen, wer schneller wieder beim Wohnheim ist. Finde ich irgendwie niedlich, ne? Ach ja, sehr nice. Und ich finde das richtig nice hier. Im zweiten Teil und jetzt auch, dass man hier das übernommen hat. Dass man sich ein Mädel auswählen kann oder halt unsere Teamkollegen und dann... Wahrscheinlich wird der Text auch anders, wie man dann auswählt. Und das finde ich sehr nice. Jungs können sich glücklich schätzen, dass sie so eine Art von freundschaftlicher Rivalität haben. Dass sie so eine haben können, meine ich. Die können sie dann einfach beiseite legen und wie gegen Korea als Team auftreten. Das nächste Spiel gewinnt ihr auch, oder? Natürlich. Ich kann es kaum mehr erwarten, herauszufinden, was für Gegner die Queens-Kings... Nicht Kings... Knights sind. Queens-Knights. Queens-Knights. Oh, ihr wisst gar nicht, wie hervorragend und toll die Queens-Knights sind. Oh, ihr armen Dinger. Ich muss euch gar nicht mal ins Gesicht sehen. Sie spielen den wundervollsten Fußball auf der ganzen weiten Welt. In der Qualifikation haben sie den Ball nicht ein einziges Mal verloren. Und Edgar, der Kapitän, ist einfach großartig. Ganz abgesehen davon sieht er blendend aus. Alle großen Vereine der Welt wollen ihn. Oh ja, er ist der Ritter meiner Träume. Wenn er schießt, werden meine Knie weich. Oh, Edgar! Edgar! Warum bist du so? Warum bist du Edgar? Oh, 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 oh. Äh, Verzeihung. Hallo? Äh, keine Chance. Sie ist in ihrer eigenen Welt. Ja. Das hat man auch gehört. Aber wenn sie recht hat, dann sind die Queens-Knights wohl ein recht starkes Team. Ihr werdet sie dennoch schlagen, oder? Natürlich! Was ist das für eine Frage? Pferd! Hallo? Diese Pferde hat man... Dieses Pferd hat mein Respekt. Wer meinen Blick standhalten kann, ist in Ordnung. Ja, ja, ja. Das scheint ja hier in Europa, ja, wenn das typisch Englisch ist und wir in Österreich, zumindest jetzt hier in Salzburg, auch so etwas haben mit Pferdekutschen, das scheint ja hier in Europa Tradition zu sein. Ist das bei euch auch? Würde mich auch interessieren, in Deutschland da oben, irgendwo, oder in der Schweiz, oder Lichtenstein, oder, keine Ahnung, Schweden. Wo kann man noch erahnen, dass man Deutsch spricht? Dänemark? Äh, Südtirol? Oder was auch immer. Oh, seht euch mal dieses weiße Pferd an. Es ist wunderschön. Ja, ja, ja. Seht euch mal, äh, stellt euch mal vor, wie Edgar auf diesem Pferd reitet. Er würde wie ein Ritter aus längst vergangenen Zeiten aussehen. Oh, oh, oh. Okay. Oh, Edgar! Oh, 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 oh. Wir sind füreinander bestimmt. Wenn wir uns doch nur treffen könnten, dann würdest du es einsehen. Edgar! Da wird jemand zum Pferd! Da ist sie in der Kutsche. Bindet sie an! Oh, Gott. So. Schickes Armband. Äh, Mark, wo gehst du hin? Oh, sorry. Schau nicht zu gut rein. Mal, Silvia, wenn ich jetzt an Go denke, dann tut sie mir irgendwie leid. Aber hoffentlich hat sie in ihrem Heim, ne? Hoffentlich hat sie da ihren Spaß mit den anderen Kollegen, mit den alten Knackern, ne? Und sie hat ja dann eine gewisse Ehre. Da würde ich sie zu jeder Zeit mit ihr tauschen wollen. Na ja, auch wenn es wahrscheinlich nur für eine kurze Zeit ist. Na ja. Aber trotzdem tut sie mir leid und go. Ha! Die Queens Knights sind eine Gruppe gelandter, gelandter junger Männer, die alles geben, um die Ehre ihres Landes zu verteidigen. Ihr Kapitän Edgar Patinos... Ha! Edgar hat mir Edgar Sessor! Ha! Wird in seiner Heimat wie ein Prinz verehrt. Er ist der begehrenste... Ja, begehrenst... Begehrenste Junggeselle des Landes. Oh Gott. Wenn doch bloß der Rest von der Royal Academy hier wäre, um diesen Ort zu sehen. Er ist umstaunlich. Umstaunlich sogar. Hm, es geht da nach oben. Okay. Ach, Fußball in England. Unglaublich beliebt ist. Ich hab ist vergessen. Die Queens Knights sind eines der meistgefeiertsten Teams in europäischen Fußball. Wie mit noch keinem einzigen Wort Deutschland erwähnt wurde oder sowas, ne? Power Riedel. Obwohl, es ist ja Jugendmannschaft, kann man sagen, ne? Schauen wir einfach mal da in den Kapselautomaten, ne? Äh... Es geht hier ja um Jugendmannschaften und jetzt nicht die Profimannschaften, ne? Äh... 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 Es gibt irgendwo Spieler, die brauchen... Der japanische Bereich sind die Spastiaten... Shuriken vielleicht? Ne. Habe ich das gerade nicht angeklotzt? Habe ich nicht fahren? Was? Japanischer Bereich. Irgendwo stehen auch andere Bereiche hier. Und... Das sieht man... Ich hab die ja schon eigentlich encountered. Diese Spieler. Aber ich kann sie ja jetzt nicht anwerben. Das hat man jetzt den Be... Beweis... Dass ich jetzt... Schon nicht... An... 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 Nicht abwerben kann hier, ne? Obwohl ich's eigentlich schon könnte. Was ziemlich beschissen ist. So. Irgendwas wollte ich ansprechen. Wieder voll vergessen. Na, Axel. Offenbar wurde die Eröffnungsteremonie... Auf dem Fernseher in der Klinik in Tokio gezeigt. Julia hat gesagt, dass Vater die Übertragung... Komplett geguckt hat. Ohne dabei ein Wort zu sagen, natürlich. Das ist einfach seine Art. Ach ja. Mich freut's, dass wieder mit deinem Daddy... Alles okay ist. Na, alles nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Habt ihr schon die Aussicht von dieser Brücke gesehen? Einfach atemberaubend. Uh. Ach ja. Mark, mir ist gerade etwas eingefallen. Javik hat etwas zu mir gesagt, bevor er in die USA zurückging. Er ist also zurückgegangen. Nicht zurückgeflogen. Oh mein Gott. Das war sicher ein hartes Training für ihn. Er sagte, es gäbe da etwas, dass er mich fragen wolle, wenn er mich das nächste Mal sehe. Oh? Oh? Und du hättest sein Gesicht während der Eröffnungsteremonie sehen sollen. Er sah so ernst aus. Ich mach mir Sorgen um ihn. Dann doch nicht O? Ja, die sind ja Kindheitsfreunde, ne? Zugesehen. Die beiden. Vielleicht ist sie ja in Go. Doch nicht so. Alleine. Oder ist sie Single? Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass sie in Go Single ist. Ist das nicht ein wundervoller Duft? Sorry, ich hab gepürzt. Oh Gott. Es ist der Tee vom Teeladen. Tee ist so entspannend. Du solltest ihn probieren, Mark. Ich mach dir irgendwann mal eine Tasse. Sorry, Cammy, dass ich dich nicht ausgewählt habe. Aber ich musste einfach Sylvia auswählen. Fußballer in England. Ist... Jetzt hab ich schon wieder dieses Ist verschluckt. Warum denn? Hallo. Hast du immer noch nicht genug von diesem Kaff? All diese dämlichen... Was? Pikfeinen Gebäude. Gehen mir gehörig auf den Wecker. Ich hab schon Piefke gelesen. Das ist so gesehen... Ja, es ist eigentlich ein negativer Begriff, die Österreicher für Deutsche verwenden. So ein Piefke. Ja, eventuell kann man das mit Ösis vergleichen. Obwohl ich Ösis jetzt nicht wirklich als negativ empfinde. Naja. Aber das hab ich irgendwie jetzt gelesen. Was redest du hier vom Piefke? Wir sind ja nicht in Deutschland. Edgar Patinos. Edgar! Oh, mein Schatzi! Der Kapitän der Queens Knights ist ein echter englischer Gentleman. Weißt du, wer hier gerade so herumgeschrien hat? Er ist ein bemerkenswerter junger Spieler. Viele Profimannschaften sind bereits auf ihm aufmerksam geworden. Ach ja, das beginnt ja auch schon so früh, ne? Mit den Anwerben und mit den Hohlen der Jugend. Ey, da ist noch was. Versteck dich hier nicht zu. Also wirklich. Ich möchte dich ja nur aufreißen und dein Inneres klauen. Für jedes Team, das sich für die Football Frontier International qualifiziert hat, wurde ein spezieller Bereich gebaut. In manchen Bereichen wurde er aber an allen Ecken und Enden gespart. Dieser hier ist ja immer noch die reinste Baustelle. Gibt sich hier gar nicht zufrieden, dieser Kauz hier. Mark, wo gehst du hin? Sorry. Und dann gehen wir da mal rein. Oder wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Zu dir? Ich weiß jetzt nicht. Geh zum Kleiderladen. Das ist aber der G-Markt. Hallo. Der G-Markt. Die rechte Seite verleiht dir mehr Kraft, aber es ist auch wahrscheinlicher, dass du ein Foul begehst oder den Ball verlierst. Ja, natürlich die Option. Okay. Hallo, ich bin Ferdinand Fudi und möchte heute hier auf Leocot der englischen Küche einmal eine Chance geben. Ein Nachmittagstee mit Scones, was auch immer das ist. Und Gurkenbrötchen ist normal nicht mein Ding, aber man sollte ja alles mal probieren. Das Gebäck ist sowas von staubig, ey. Es schmeckt. Es schmeckt sich. Ja, es schmeckt, aber es steckt in meinem Hals. Ja, bleib dir das. Ja, bleib dir das. Okay, der geht gerade drauf, wie es aussieht. Tut so jemand, der gerade drauf geht? Bist du sicher, dass du alle Items gekauft hast, die du brauchst? Und denkt daran, dass du Pro spielst. Ja, warum noch so Tutorial zu X? Schaut euch mal dieses gerahmte Bild von Edgar Batinos! Woher kam dieses Mädel? Er ist so galant und ritterlich und unfassbar gut aussehend. Warum müssen die alle von mir reden? Das ist unglaublich. Oh wow, schaut euch mal die ganzen Sachen hier im Laden an. Bei der Hälfte weiß ich nicht mal, worum es eigentlich dabei handelt. Dann lern Englisch. So einfach ist es. Herzlich willkommen! Äh, Moodle. Schön, schönen Geschmack, okay. Epsilon-Ticket. Extra-Ticket, okay. Auch schön zu sehen hier. Aber, ja. Ja. Hier wurde ja noch nicht differenziert mit den Tränken und sowas, ne? Nicht so wie zum Beispiel in Go 2. Da war ja das fantastisch. Jeder Ort hat seinen eigenen Drang bekommen. Das war sowas von genial. Muss ich zu euch. Guten Tag! Ah, sie müssen die Werten abgesandten von Inasuma Japan sein, wenn ich mich nicht irre. Dies ist für sie zurückgelegte Abendgarderobe. Ich verschluck schon wieder Wörter. Ich hoffe, alles ist zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Sieht ihr dieses Kleid an, Marc? Es ist so schön. Glaubst du, dass es mir stehen wird? Nö. Okay, ich möchte... Normalerweise würde ich Nö sagen. Einfach weil, nein, ist die Allzwecksantwort schlechthin. Und bla. Aber es geht hier um Silvia. Ich kann ihr nichts Böses antun. Wirklich, schaut euch sie mal an. Ich bin ganz rot. Sieh mal. Da ist etwas am Rockaufschlag befestigt. Alte Anstecknadel. Ach ja. Bitte akzeptieren Sie es als kleines Zeichen der Wertschätzung eines Gentlemans. Für den Charme einer schönen Dame, meine Liebe. Vielen Dank. Ich freue mich schon so auf die Feier. Du nicht auch, Marc? Hat aber was, ne? Wenn das jetzt keine Falle ist. Sieht so aus, als hätten wir alles Nötige für diese Feier. Das hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Ja, wir haben immer noch viel Zeit. Hast du Lust, noch ein bisschen mit mir herumzulaufen? Oh, Silvia. Hast du dich jetzt auch irgendwie verknallt? Ja, Silvia. Ich weiß ja nicht. Naja. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne zurückgehen und die freie Zeit dazu nutzen, ein wenig zu trainieren. Na gut. Ich meine, ja, ist gut. Komm, aber nicht zu spät zur Feier. In Ordnung. Natürlich nicht. Bis bald. Aha. Silvia will auch etwas von ihm haben. Reißt ihm Arme und Beine ab! Dann hat jeder was davon. Von diesem Marc Evans. Er wird zu spät kommen und total verdreckt sein. Keine Frage. Da hast du wahrscheinlich recht. Warum haben wir ihn überhaupt gehen lassen? Fuck, der Garderobe! Was wurde denn ausgetauscht? Wenigstens entschuldigt sich das Spiel so gesehen jetzt auch. Damit. Sorry, wir haben jetzt hier umgestellt. Du musst jetzt wieder alles umstellen. Äh, ist hier wieder alles? Ja. Gut, wenigstens nicht hier so umgestellt, weil das geht auf die Nerven. Weil so kann man das ja nicht umstellen. Sondern man muss zum alten, zum alten Herrn Veteran gehen, ne? Ich tue dich jetzt einfach mal da hin und rollseit. Ich glaube, das ist der Verteidiger. Und... Aber die Zeit ist schon wieder vorbei. Was soll denn das? Ach ja, wie die Zeit doch vergeht. Wie sie vergeht. Und ich glaube, sechs Folgen habe ich jetzt schon wieder aufgenommen. Wie die Zeit vergeht. Aber ich habe meinen Spaß hier. So, aber im nächsten Part werden wir zum japanischen Bereich zurückkehren und dort trainieren mit Mark Evans. Und ich werde hier aufs Grund ein bisschen neue Spieler farmen, wenn man das so sagen kann, ne? Mit farmen meine ich jetzt encounter. Einfach, weil ich es kann. Naja. Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und goodbye.